So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe gerade mein Maxout Monday bzw. Maxout Tuesday Video veröffentlicht, rausgehauen, wollte das in den Fanchat posten. Habe ich gesehen, alle sind schon wieder aufgebracht. Oh mein Gott, Höhentour hin und her, alle drehen durch. Ich verstehe es nicht, wieso müssen die das jetzt unbedingt raushauen? Wir haben diese Woche so viele Sachen und gestern kamen so viele News auf einmal. Müssen die jetzt denn unbedingt was für Ende Februar ankündigen? Deswegen, diese Woche ist erst mal wichtig. Ich sehe jetzt schon, dass viele wahrscheinlich diese Woche gar nicht auf dem Schirm haben, weil jetzt alle sich auf Ende Februar konzentrieren. Egal, ich habe eine Bitte an euch und zwar, guckt euch trotzdem mal das Maxout Monday Video an, was heute am Dienstag kam. Ich brauche dringend Vorschläge von euch für die nächste Folge. Das liegt mir wirklich am Herzen, dass da ein paar Leute hingehen, sich das mal angucken, sich ein paar Gedanken machen, mal ein paar Vorschläge abgeben. Lasst euch nicht entmutigen, macht da bitte was. Und jetzt nehme ich mir auch die Zeit und wir gucken uns noch die Pokémon Go Tour global 23 an. Global. Das ist ja jedes Jahr jetzt gewesen. Mit Kandor hat es angefangen, Yoto war dran, jetzt ist Höhent. Ihr kennt das Prinzip, dass eigentlich alle restlichen Shiny Pokémon aus dieser Region, die es noch nicht gab, released werden an einem Tag. Gefühlt alle legendären Pokémon, die es da gab, immer in die Raids kamen oder versteckt wurden oder andere Wege und Spezialforschungen. Dann seltene Pokémon nochmal als Shiny reingebracht. Ditto damals, was man als Shiny dann so bekommen konnte. Oder eben Mew, was dann als Shiny verfügbar war. Jetzt geht es sicherlich dann um Girachi, auch als Shiny-Einführung. Aber was genau alles ist. Wir sehen hier ein Titelbild, wir sehen die Höhenstarter, wir sehen ein Icognito O. Hier ist ein H. Ein Icognito H für Höhen. Und wir sehen hier sogar ein Relikan, was ein sehr cooles Pokémon ist in Neuseeland. Was genau gibt es jetzt hier aber für Infos? Pokémon Go Tour Höhen weltweit. Ein neues Abenteuer erwartet die Trainer auf der ganzen Welt. Und zwar am Samstag, den 25. Februar und am Sonntag, den 26. Februar von jeweils 10 bis 18 Uhr. Ein ganzes Wochenende, zwei Tage vollgepackt, jeweils acht Stunden. Das wird wieder ein riesengroßes, deftiges Durcheinander und mega brutal werden. Und ich habe jedes Jahr Angst vor der Tour, vor der Kanto-Tour, vor der Joto-Tour. Und diesmal habe ich Angst vor der Höhen-Tour. Spezialforschung, Legendenjagd. Trainer auf der ganzen Welt dürfen auf ein neues mit RIE, einem Mitglied des Go-Ultra-Forschungsteams, an einer Spezialforschung zur Höhenregion arbeiten. Professor Willow hat RIE damit beauftragt, den volkstümlichen Sagen rund um den roten Edelstein und den blauen Edelstein auf den Grund zu gehen. Diese Items sollen mit Proto-Kyokre und Proto-Graudon in Verbindung stehen. RIE braucht eure Hilfe. Gestern wurde auch schon von Demon gefragt, immer so im Stream. Ja, Ramses, glaubst du jetzt hier, die kommen jetzt bald oder was oder wie? Ich habe gesagt, die sind für diese Season angekündigt. Diese Season läuft bis 1. März. Sie werden also spätestens im Februar wohl zur Höhen-Tour kommen. Und jetzt habt ihr die Bestätigung, Höhen-Tour, kommen die zwei. Bam. Aber erstmal haben wir ja Dezember und Januar. Vergesst das nicht. Aber sie werden im Zuge der Höhen-Tour wohl veröffentlicht. Schnappt euch Pokémon aus der Höhenregion, darunter auch neue schillernde Pokémon. Und wartet mal, ist das etwa ein schillerndes Shirachi? Steht dazu auch dabei. Hier habt ihr Groudon, hier habt ihr Kyokre. Richtig brutal. Manche haben gedacht, vielleicht kann man ja über einen Formwandel die verformen. Vielleicht kann man irgendwie was umwandeln und sonst was. Und das wäre wahrscheinlich zu einfach. Muss wohl so geradet werden. Vielleicht ist es ja aber trotzdem so, dass wenn ihr einen Proto-Raid macht, es danach die normale Form zu fangen gibt. Und ihr könnt ein normales Groudon in eine Mega-Entwicklung protokollieren, dass das also Proto-Groudon wird. Und ich bin mir nicht sicher. Ich gebe das noch nicht auf, dass man vielleicht ein 100er Groudon, was man hat, trotzdem zu einem 100er Proto-Groudon irgendwie mega entwickeln kann. Wir sagen mal vorsichtig, mega entwickeln. Ich glaube nicht, dass das komplett eigenständige Pokémon sind. Man kann zwar keinen Formenwandel an sich machen, aber es stimmt entwickeln. Das wäre meine Vermutung. Aber wissen tue ich nichts. Proto-Alarm. Irgendetwas geschieht mit Kyokre und Groudon, die die Macht über die Meere und Kontinente besitzen. Ihr könnt bei der Pokémon-Go-Tour Höhen weltweit zum ersten Mal ihren Protomorphose-Form in Pokémon-Go begegnen. Und dabei ihre wahre Macht kennenlernen. Die folgenden Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfen. Raids der Stufe 1 während der Höhen-Tour an dem Wochenende. Gaggabor, Flamely, Hydropi. Ist jetzt nicht so interessant. Würde ich gar nicht raiden. Hatten alle Sea Days. Scheinen doch bestimmt auch wild, oder? Raid-Kämpfe der Stufe 5. Was ist da los? Die Oxys in der Normalform, Angriffsform, Verteidigungsform, Initiativeform. Gut. Wem davon noch ein Shiny fehlt? Der kann ja gerne raiden. Ansonsten, die könnt ihr ja eh nicht tauschen. Und so richtig nützlich sind die jetzt nicht unbedingt. Außer die Verteidigungsform vielleicht in der GBL. Waren aber auch so oft genug da. Würde ich auch an eurer Stelle komplett außen vor lassen. Denn hier ist die Rubrik Proto-Raid-Kämpfe. Proto-Kyokre. Proto-Graudon. Falls ihr die bekämpft und danach Normales fangt, ist das egal. Ihr könnt ja trotzdem, wenn ihr Normales fangt, sicherlich dann Shiny kriegen. Ihr könnt vielleicht Proto-Energie sammeln. Ihr könnt XL-Bonbons kriegen. Ihr könnt normale Bonbons kriegen. Ihr könnt 100er kriegen. Gute IV. Und falls die so sind, wie sie sind und Proto formen, dann muss man dafür ja sowieso wohl eigene Bonbons vielleicht sammeln. Und dann nochmal gute IV bekommen. Also ich denke, das wird trotzdem zurückgehen und die normale Form zu fangen sein. Aber ich würde auch an dem Tag in dieser Situation diese zwei Pokémon raiden. Ich habe 200er Kiyoke, glaube ich. Eins ist nur auf 50. Das andere muss auch noch hoch. Also kann man ja bestimmt Bonbons sammeln. Und dann vielleicht eins immer mal protokollieren, sagen wir mal. Die wären auf jeden Fall das Highlight, weil die sind immer stark. Die sind immer genial. Wechselnde Habitat- und Pokémon-Begegnungen. Während des Events erscheinen viele verschiedene Pokémon in stündlich wechselnden Habitaten. Darüber hinaus könnt ihr zum ersten Mal schillernden Exemplaren der folgenden Pokémon begegnen. Also viele Regionale auch gerade dabei. Das sind jetzt die vier Habitale. Zum Beispiel Glühender Sand. Mit Flemly, Ninkada, 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 Kindwurm. Kindwurm auch mega brutal. Richtig starkes Pokémon. Ninkada an sich war mal selten. Jetzt nicht mehr so krass. Ninkada, neues Shiny und weitere Pokémon steht hier. Also da werden sicherlich irgendwann später nochmal News bekannt. Dass ihr noch mehr darüber wisst. Mein Highlight also. Tusker, Shiny Hand und Kindwurm Bonbons machen. Habitat, grüne Erde. Gekabor, Waumpel, Flunkkiefer, Schlupug. Schlupug, neues Shiny. Flunkkiefer für Bonbons, für XL. Hat mega Entwicklung. Müssen wir auch irgendwann mal auf 50 ziehen und so alles. Also Flunkkiefer, ein heißer Kandidat hierfür. Oder wer noch keinen Shiny hat. Habitat, unheimlicher Nebel. Gehweiher, Mediti, Palim, Palim, Absol. Gehweiher, neues Shiny. Mediti, gut in der GBL. Palim, Palim, gibt euch Sternstaub ohne Ende. Absol. Auch, wer noch Bonbons braucht für sein Mega Absol. Wer Energie braucht. Wer noch Shiny braucht. Bis jetzt glaube ich, das coolste Habitat. Weil hier, neues Shiny. Hier, neues Shiny. Hier, neues Shiny. Cooles Shiny. Nützlicher GBL-Kumpane. Und heftiger Staub. Gönner. Also bis jetzt unheimlicher Nebel. Mein Lieblingshabitat. Und da, das sind ja nicht alle. Es sind ja noch mehr Pokemon da drin. Habitat, historische Küste. Hydropi, Lilje, Barschva, Perlu. Hier sehe ich gerade nichts Neues. Und ist gefühlt für mich das schlechteste Habitat. Obwohl Hydropi der coolste von den Startern ist. Für mich. Wo sind jetzt Icognito Haar? Wo sind Kuddel, Tropius, Relikan? Wir scrollen mal weiter. Die folgenden Pokemon schlüpfen aus Eiern, die ihr während des Events erhaltet. Aus zwei Kilometer Eiern kriegt ihr Pichu, Fluffel, Luf, Gagabor, Flämlich, Hydropi, Azuril, Iso. Können alle Shiny sein. Aber, ja, ist auch jetzt nichts Neues dabei gerade. Fünf Kilometer Eier. Geweyer, Schlubuck, Tuska. Drei neue Shinies. Direkt aus den Fünfern. Ist ganz nett. Sieben Kilometer Eier. Knacklion, Barschva, Kindwurm, Tane. Kindwurm, Tane natürlich auch sehr stark. Zehn Kilometer Eier. Kuddel, Tropius, Relikan. Hättet ihr die drei nicht in einer Raids packen können, statt die Starter? Hätte ich mehr gefeiert. Jetzt zehn Kilometer Eier. Die auch einiges brauchen, bis man die ausbrütet. Die man erstmal durch Zufall bekommen kann. Die machen es wieder schwer, die machen es schwer. Aber egal, wir wollen uns ja nicht beschweren. Man muss ja nicht alle sofort haben. Trotzdem Kuddel, Tropius, Relikan, alle drei Regionale in zehn Kilometer Eier zum Brüden und als Shiny. Was aber noch? Neues Feature, Items, weitere Infos folgen bald. Und für die Leute, die gerne reisen, könnt ihr auch erweitertes Gameplay in Las Vegas bekommen. Hier steht mehr erfahren. Ich weiß nicht. Will ich beim Live-Event in Las Vegas haben Ticketinhaber eine höhere Chance, schillernden Pokémon zu begegnen? Der Ticket-Erwerb ist jedoch keine Garantie für schillernde Pokémon. Ist euch die Pokémon-Go-Tour Höhen weltweit nicht genug, dann kommt am 18. und 19. Februar zum Live-Event nach Las Vegas. Tausende Trainer werden es euch gleich tun. Die Teilnehmer dieses Events erhalten eine besondere Spezialforschung, bei der sie mit Team Gorocke zusammenarbeiten müssen, wie bitte, und eine exklusive, befristete Forschung. Die teilnehmenden Trainer profitieren zudem von weiteren Boni und einer erhöhten Chance auf schillernde Pokémon. Das ist also vorher am 18. und 19. Februar, 18. und 19. Las Vegas und dann 25. und 26. Februar für alle. Ihr könntet also nach L.A., könntet euch das Ganze schon mal angucken, alles mitnehmen und dann bei euch zu Hause nochmal Ende Februar weitermachen. Was sagt ihr bisher dazu? Habt ihr Bock? Freut ihr euch auf die Höhentour? Was sagt ihr dazu, zu den Rates, die es gibt? Werdet ihr Einer-Rates machen für die Starter? Schreibt es mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf Groudon-Kyoke? Denkt ihr, dass das wie eine Mega-Entwicklung dann funktioniert? Oder denkt ihr, das sind komplett eigenständige Pokémon? Schreibt mal eure Meinung, eure Gedankengänge rein. Seid ihr an L.A. interessiert, reicht euch das an L.A.? Grüße an Bianca. So, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zu den Peace Out, Vorhaut, euer Ramses. Denn ich habe gesehen, ich bin jetzt hier drauf auf mehr erfahren, aber die Seite gibt es noch gar nicht. Also es gibt noch gar keine Infos hier bei mehr erfahren. Das ist also alles, was wir bisher haben. Soll noch ein bisschen rumwühlen für Augenkrebs. Ansonsten Peace Out, Vorhaut, euer Ramses.